Moin Moin und herzlich willkommen zu Part Nummer 2 zu unserem Bikini Bottom Aufbau Tutorial zu diesem kleinen Let's Play Tutorial auf dem Weg zu den 10.100. Wir fahren hier mit, schon mal so ein bisschen durch unseren Vorort mit, ja wer ist es denn? Wer fährt hier gerade? Mit Familie Nord? Corinna Nordmann ist hier gerade unterwegs. Corinna Nordmann, wir gucken mal, wo wohnt denn Corinna Nordmann? Das ist eine Bürgerin, die gerade einzieht. Ach, guck mal einer an, die wohnt hier in der Talstraße 238. Ah, hier hinten, tatsächlich in einem der schon etwas größeren Häuser. Ah ja, okay, interessant. Ja, die sind dazu gekommen und ich hatte beim letzten Mal gesagt, wir gucken heute mal so ein bisschen, dass wir die Industrie schon mal darüber ziehen lassen, wo sie dann letztendlich auch hin soll. Wir haben noch zwei Meilensteinpunkte, die würde ich mal für diese beiden Gebiete nutzen, weil, wenn wir die jetzt kaufen, das ist auch gar nicht so teuer, deswegen kann man das ruhig machen, immer die Punkte ausgeben. Und wir kriegen ja noch genug Gebiete. Ist ja nicht so, als würden wir jetzt gucken müssen, welche kaufen wir, die in der Mitte brauchen wir sowieso alle. Jetzt haben wir nämlich diesen Vorteil, wir bauen hier mal die Straße so rüber. Ja doch, das geht schon. Dass wir hier das haben, dass wir hier nämlich jetzt von dieser Autobahn schon mal abzweigen können. Wir haben noch keine Autobahnen auffahrten oder abfahrten oder so, deswegen müssen wir uns hier erst mal mit ganz normalen Einbahnstraßen begnügen. Aber das ist, finde ich, nicht hoch. Straße, Pitch up und down sozusagen, um hier eben Brücken zu bauen und so. Das Ganze könnt ihr auch im Tutorial zum Straßenbau, was auf meinem Kanal verfügbar ist, auf jeden Fall auch nochmal anschauen, wie man die ganzen Straßen so baut und wie man dann zum Beispiel auch Auffahrten und so ganz gut nutzen kann. So, das Ganze ist hier provisorisch. Das ist auch, wie ich finde, gar nicht so unrealistisch, dass man hier, dass die Straßen halt jetzt erstmal provisorisch gebaut werden. Für später werden wir uns hier dann aber nochmal ganz klar umorientieren mit dem Autobahnkreuz und so weiter. Wir werden auch hier diese Straße noch nicht anschließen, weil das dann eine sehr kleine Straße wäre und der gesamte Verkehr vermutlich über diese Straße ins Industriegebiet fahren würde. Möchte ich nicht. Ich möchte, dass die erstmal die Autobahn nutzen, damit wir da gar kein Stauproblem erstmal generieren. So, das Industriegebiet baue ich dann schon immer etwas eckiger und ein bisschen platzsparender. Das heißt, wir gehen von dieser Straße hier mal raus und bauen hier mit Einbahnstraßen. Das finde ich mir immer ganz schön und praktisch. Wirkt die Gefahr, dass da weniger Stau ist. So, wir bauen hier erstmal so rüber und wenn wir hier das Gebiet dann irgendwann haben, können wir dann hier auch weitermachen. Aber das bedeutet, wir können jetzt hier rein, nämlich schon mal schön Industrie bauen. So, dann können die bauen und das hier ist dann schon bereit, wieder abgerissen zu werden. So, das brauchen wir nicht mehr. Ich weiß, ist nicht optimal, aber wir machen es mal. Und das war ja nur ein ganz kleines Industriegebiet. Hier wächst unser neues. Wir haben aber gar keine Stromverbindung, denn die Autobahn liefert keinen Strom. Das heißt aber, weil wir die Straße hier nicht anschließen wollen, wir können ganz einfach hier mit der Leitung einmal durchgehen. Gleiches gilt für das Wasser. Auch mit dem können wir hier einmal durchgehen. Zack, und schon ist das Ganze ab. So, jetzt kriegen wir gleich auch schon den nächsten Meilenstein. Es wächst alles so ein bisschen. Wunderschön, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist diese riesige gerade Straße. Da habe ich nicht so ganz, naja, das ist jetzt nicht so mein Geschmack eigentlich. Aber wir lassen es jetzt erstmal. Wir können das jetzt nicht alles wieder abreißen. So, wir machen nur noch 240 pro Stunde Minus. Das heißt, es wird besser. Man sieht es auch. Und hier können wir mal gucken. Verkehr ist kritisch. Also das zieht uns was runter. Geht es dann zur Grundschule, weil wir noch keine haben. Das machen wir auch gleich noch. Und unzuverlässige Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Und das wundert mich tatsächlich ein bisschen, weil eigentlich haben wir das extra zentral gebaut. Und sollte eigentlich auch okay sein. Was wir jetzt natürlich machen können, ist hier noch eine Verbindung schaffen. Wir wissen, okay, hier ein Gehweg rüber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kommen die da nämlich einfach besser hin. Und die Abdeckung ist dann schon deutlich besser. So, wir haben eine große Nachfrage nach Gewerbegebieten. Das passt sich hier ganz gut, weil dann können die von hier direkt rüber laufen. Und da ist unser mittleres Dorf auch schon wunderbar. Ja, dann können wir mal nach Schulen gucken eigentlich direkt. Und zwar würde ich erst mal eine Grundschule bauen und eine höhere Schule. Das passt hier natürlich jetzt nicht dran. Das ist sehr schade. Wir haben aber schon wieder neue Gebiete. Das heißt, das ist sehr gut. So, ich baue das ja gerne so. Schulen dann auch zusammen. Und dann können wir hier eigentlich schon die nächsten beiden Gebiete kaufen und da weitergehen mit unserer Stadt. Wir müssen aber gleich, glaube ich, einfach mal eine Kontrolle auch machen. Das ist immer eine ganz gute Sache, wenn man dann in der Info-Übersicht sich die ganzen Sachen mal so anschaut und guckt. Ha, wo müsste man weitermachen? Was wäre vielleicht die nächsten ganz guten Schritte, um die Stadt ordentlich zu versorgen? Und da seht ihr es schon. Genau da wollte ich drauf hinaus aufströmen. Jetzt ploppt das vorher schon auf. Das ist natürlich wieder typisch. Na gut, aber da werden wir halt gleich auch nachschauen. Das ist keine große Sache. Aber man muss es halt machen. So, da wir das jetzt gerade sehen, werden wir das einmal in Angriff nehmen und einfach ein neues Windkraftrad nochmal bauen. Auch dazu zu den ganzen Stromversorgungen und auch vielen anderen Gebäuden findet ihr auf meinem Kanal Tutorials. Gerne mal reinschauen, würde mich auf jeden Fall freuen, da vielleicht dem einen oder anderen auch mitzuhelfen. Da muss ich nämlich hier nicht auf jedes kleine Detail nochmal Rücksicht nehmen. So, wie ist das hier in der Schule? Na, die füllt sich schon und auch diese Schule füllt sich. Alles weitere, was mit Schulen zu tun hat, das hatte ich auch schon beim letzten Mal so ein bisschen gesagt. College, Universität würde ich erstmal nicht bauen. Dazu können sie auch nach außerhalb fahren. Uns geht es hier ganz gut. Das heißt, die Leute können ruhig den Weg in Kauf nehmen. Das ist für die nicht ganz so schlimm. Und hier geht es dann zur Grundschule zum Beispiel auch schon jetzt ein Brustpunkt geworden. So, die Nachfrage hier besteht noch. Das heißt, wir bauen da nochmal ein etwas enger besiedeltes Gebiet hin. Und vielleicht dann auch direkt hier gegenüber nochmal ein Gewerbegebiet. Da können doch gleich die Schüler auch ein bisschen einkaufen gehen. Unsere Industrie ist auf jeden Fall gewachsen. Das sieht gut aus. Und dann können wir hier tatsächlich mal reinschauen. Erstmal Verkehr war ja ein Minuspunkt. Ja, hier wahrscheinlich. Strom. Sind wir geradezu an der Grenze. Das heißt, eigentlich können wir da nochmal noch ein wildes Windrad bauen. Ah, da habe ich nicht getroffen. Da ist es tatsächlich nicht angeschlossen. Achso, ich bin oberirdisch. Ah, komisch. Naja. Und die produzieren jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen genug Strom. Die Industrie wird viel verbrauchen. Also, wenn wir die wieder ausbauen, müssen wir mal schauen. Wasser sollte auf Dauer erstmal reichen. Genau ab Wasser auch. Das ist alles super. Genau. So. Dann gucken wir hier in die Gesundheitsfürsorge mal rein. Auch das sieht doch eigentlich alles wunderbar aus. Die sind hier. Was haben die für Probleme? Das ist, dann müssen wir mal schauen. Hier die Gesundheit, die nicht optimal ist. Ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit, wenn die jetzt dann zufrieden haben werden, wenn wir für die Zufriedenheit sorgen. Ah, da sehen wir. Kriminalität ist sehr hoch. Das sind so die nächsten Steps, die jetzt kommen. Ihr seht, wir machen jetzt auch ein bisschen Plus. Das ist wunderbar. Das heißt, für uns ist auch die Möglichkeit da, uns um Polizei, Feuerwehr und Müllentsorgung und so weiter zu kümmern. Wir kümmern uns darum, auch wenn wir dann ins Minus gehen, aber wir sehen, wir haben einen aktuellen positiven Trend. Das heißt, wir können Geld auch ausgeben. Danach gebe ich immer so ein bisschen. Ist positiv. Dann kann man ruhig auch so bauen, dass man auch nochmal ins Negative geht. Weil durch weitere Wohngebiete würde man das Ganze auf jeden Fall wieder ausgleichen können. Die Feuerwehr würde ich mal hier an die große Straße bauen. Einfach aus dem Grund, dass wir hier gleich noch eine Verbindungsstraße haben. Und dann kommt die eigentlich hier rum schnell hin und da rum schnell hin und hier drüben ganz gut hin. Gleiches gilt für die Polizei. Die bauen wir direkt mit dazu. Finde ich immer ganz schön, das alles auch an einem Ort zu haben. Und dann zentral hier Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr. Dann findet man das immer ganz gut wieder. Und oh, hier ist aber gleich was los. Hey, Leute. Na gut. So, und jetzt wollen wir uns einmal um Müll kümmern. Die Müllverbrennungsanlage. Äh, Müll der Pussy. Die wird ihren Platz erstmal hier hinten finden. So, wir bauen die mal hier hin. Da kann die ruhige erstmal so hin. Hier an die Autobahn, da können wir dann auch dran lang bauen und so. Und dann nutzen wir auch den Platz ganz gut. So, dann bauen wir hier das Industriegebiet nochmal ein bisschen aus. Es will hier nicht rein snappen, so wirklich. Manchmal, ach so, ich bin hier im falschen Modus. Ah, okay, na gut. So. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Industrie zuweisen. Wir können auch, das geht auch im Industriegebiet, das ist nämlich auch Nachfrage nach Gewerbe. Manchmal kann man auch da so ein bisschen was reinbauen. Dann können die Leute da auch einkaufen gehen, meinetwegen. Während der Pausen oder was auch immer man da meint. So, und unsere Nachfrage. Oh, hier haben wir sehr viel Leerstand. Das können wir direkt mal beseitigen. Dann können Sie das neu ausrüsten. Und dann brauchen wir hier etwas dichter besiedelte Gebiete. Das ist hier ja gerade ganz passend gewesen. Ich gehe mit der Schule und so. Oh, klar, ist es wie. Und dann hier irgendwie vielleicht an der großen Straße nochmal ein bisschen. Dann haben wir hier nämlich auch eine ordentliche Nachfrage nach Gewerbegebieten, dass wir das auch hier nutzen können nochmal, um das Ganze an dieser Stelle auszubauen. So, wir haben 2200 Einwohner schon. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und sind schon das große Dorf geworden. Wunderbar. So, wir haben einige neue Gebiete. Brauchen wir im Moment eigentlich nicht. Können wir aufheben. Wir können mal nach Punkten gucken, was wir da vielleicht machen können. Wir haben mittlerweile fast alles frei. Hier brauchen wir erstmal nichts, weil wir gar keine großartigen Möglichkeiten haben. Zuganbindung ist noch nicht so wichtig. Können wir auf später verschieben. Parks. Das wäre vielleicht was, wo ich dann in der nächsten Zeit das fortführen würde, damit wir die glücklich machen können. Polizei und Verwaltung. Das ist eine Sache, ja, kann man machen. Ist für die Zufriedenheit ganz gut. Wenn man aber sehr gut dabei ist, kriegt man das auch ganz gut so in den Griff erstmal. Feuerwehr ist uninteressant, meiner Meinung nach. Die Feuerwache sieht ganz cool aus. Man kann es aber mit der ganz normalen Feuerwehr auch schon hinkriegen. Hier, wie gesagt, da sparen wir uns die Punkte erstmal noch ein bisschen. Und das geltet dafür. Oh, wir machen aber ein sehr großes Plus jetzt. Das können wir dann demnächst machen. Auch eine Verbrennungsanlage bauen. Ja, also wäre jetzt meine Sache so. Und so ist das eigentlich auch immer gleichbleiben. Dass wir uns erstmal um die Straßen kümmern. Acht Punkte. Wir hätten hier zwei. Bier. Fünf. Das heißt, wir hätten noch welche schönen Parkplätze. Autobahn hier. Und Kreisverkehre. Das sind so die nächsten Punkte, die man hier dann so angehen kann. Das heißt, wir können dann auch schon mal ein paar Parkplätze setzen. Zum Beispiel hier in der Innenstadt wäre das doch eine schöne Möglichkeit. Vielleicht erstmal. Tag. Für den Bereich. Und auch hier bei der Schule. Noch keine großen Parkplätze. Erstmal die mittleren hier. So, wir haben hier Nachfrage nach hochbebauten Gebieten tatsächlich jetzt auch schon. Krass. Das geht aber ruckzuck hier. Ja, wir haben aber noch gar nicht dafür eigentlich da was ausgebaut. Dass wir sagen wollen, okay, das macht jetzt Sinn. Da wollen wir auf jeden Fall viel so. Aber wir können hier mal so, das können wir da ruhig mal hinbauen. So, dann haben wir ja auch unseren ersten Stau. Weil der Kreisverkehr wahrscheinlich einfach auch zu klein ist mit der Straße hier und so. Wie gesagt, ich wollte ja hier hinten dann noch eine Verbindungsstraße schaffen. Das können wir eigentlich mal machen. Ich wollte die Straße hier nicht mehr so gerade haben, wie sie ist. Okay, jetzt habe ich sie doch wieder so gerade. Sorry. Oh Gott, schluck auf. Bauen wir mal so ein bisschen um die Kurve. Und dann bauen wir hier eine Verbindungsstraße. Dass die eben hier nicht alle da durchfahren, sondern dann hier auch geradeaus gehen weiter. Und vielleicht können wir auch den etwas größeren Kreisverkehr nutzen. Der das Ganze etwas besser auffängt. Und dann wollte ich eigentlich hier noch Parks bauen. Hä, hab ich vergessen. So, ne, nicht den ganzen. Passt hier nicht, oder? Doch, hier passt das. Zack, da kann ein Park hin. Können wir hier noch ein paar Wohngebiete. Joa, ne. So, die Schule ist noch nicht voll. Ich baue immer ganz gerne hier den Spielplatz dran. Finde ich ganz cool. Erweiterung und Kinderklinik brauchen wir im Moment einfach noch nicht. Und hier, Sportplatz. Ist mir ein bisschen groß hier an dieser Stelle. Und die haben auch noch nicht sehr viel Platz darin. Also, das geht sich schon aus. Bevor wir jetzt Schluss machen, möchte ich noch einmal reinschauen hier. Ja, das wollt ihr eigentlich vorhin schon machen. Und zwar haben wir hier die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss in sechs Monate. Und hier sind das zwölf Monate. Das heißt, bis sich unsere Bildung hier entwickelt, sozusagen. Dann vergehen jetzt erst mal sechs Monate, bis sich hier dann großartig was ändert mit den Ausbildungsstufen und so. Das heißt, da sollte man dann schon so ein bisschen drauf achten, dass das im Rahmen ist, dass man halt gut genug die Grundschule und die Sekundarschule ausbaut. Weil das Problem ist, wenn man irgendwann die Grund hat und die Leute können dann nicht mehr zur Schule gehen und man baut es dann erst später, wenn man sie unbedingt dann zu dem Zeitpunkt braucht, dann dauert es sechs oder zwölf Monate, beziehungsweise erst mal eine Grundschule und dann weiterführende Schule, 18 Monate, bis die Leute den Abschluss hier haben. Und das ist natürlich dann schon ein Problem, weil dann muss man mit der Stadt 18 Monate warten. Deswegen, ja, die ersten Schulen baue ich immer relativ früh zeitnah dann auch ganz gut aus. Wie gesagt, den Rest dann auch bald, aber mit dem lasse ich mir halt einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ein Problem sehe ich gerade, da habe ich nämlich tatsächlich mal nicht aufgepasst. Und zwar hier dran lang habe ich, das ist nämlich eine große Straße sehe ich gerade, natürlich, also wusste ich. Aber ich habe aus Versehen, da die kleinen Wohngebiete dran lang gebaut, das ist mir nicht aufgefallen, das könnt ihr nicht. Also am Anfang geht das, aber irgendwann, wenn zu viel Verkehr ist, wollen die Leute an diesen Straßen nicht mehr wohnen, in ihren kleinen Häuschen. Und das sollte man eigentlich von Anfang an berücksichtigen. Da bin ich tatsächlich, da habe ich ein bisschen geschlafen tatsächlich. Tja, könnt ihr mal sehen. Weil wenn da zu viel los ist, dann mögen die das einfach nicht mehr. So, jetzt entgeht es aber, das heißt, wir benutzen das einfach hier als, ja, dass da größere Wohngebiete hinkommen, dass da Gewerbegebiete mit hinkommen. So, hier, zack, zack, zack. Und dann können sie das ja schon mal weiter bebauen. Und ja, ich würde sagen, guck mal, ein paar billige Mietwohnungen können wir da auch mit hinstellen. Da passen einfach viele Leute rein, das ist auch immer okay. Okay, dann machen wir das schon mal voll hier, zack. Und dann können sie das bebauen mit der Zeit. Und ich würde sagen, das war es für heute. Mit dieser wundervollen Folge City Skylines in unserem 10.000 Einwohnerprojekt. 3.000 haben wir schon, mal gucken, wie schnell es weitergeht. Und ich muss ja sagen, hier, unseren Leuten geht es wirklich sehr, sehr gut. Gut, mal gucken, ob wir beim nächsten Mal dann schon die Nachfrage nach weiterer Industrie vielleicht noch mal haben. Dann würde ich nämlich mich gerne ein bisschen um die Industrie kümmern, dass wir das noch mal ein bisschen ausbauen, dass wir mal gucken, was wir da schon machen können. Auch selbst Industriegebiete eingrenzen und so. Das wäre der nächste Schritt. Ich denke, wir müssen auch noch mal nach Strom gucken. Aber das ist eine Sache, die machen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye. Bis dann, euer Kevin Zockt.